Herr Westenthaler, Sie sind vor Urteilen, waren so 30 Monate teilbedingter Haft. Wie gehen Sie mit dem Urteil jetzt um? Indem wir es bekämpfen werden. Meine Anwälte sind sehr zuversichtlich, dass dieses Fehlurteil nicht halten wird in der Instanz. Daher wird es eine Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde geben. Es wird halt jetzt einige Monate noch dauern, bis das Urteil da ist und bis wir es bekämpfen können. Insgesamt ist es aber erschütternd, was im Rechtsstaat Österreich möglich ist. Sie müssen sich vorstellen, vor ziemlich genau zwei Jahren, nicht ganz, vor 20 Monaten, am 6. März 2015, bin ich von allen Vorwürfen freigesprochen worden, von einem unabhängigen Richter, von einem Schöffen-Senat. Und zwar nicht im Zweifel, sondern der Richter hat dort aus dem Brust und der Überzeugung gesagt, es war alles okay. Es gab keine Schädigung, es gab keine Bereicherung, niemand wurde getäuscht, die Förderung ist dort angekommen, wo sie sein soll. Also das war ein Vorzugszeugnis, eine römische Eins, die uns der Richter damals gegeben hat. Plötzlich wird dann aus mehr oder weniger formellen Gründen dieser Freispruch aufgehoben, weil es Begründungsmängel gab. Und jetzt haben wir ein Verfahren, ein Wiederholungsverfahren, das auch ein solches sein sollte. Also dieselben Zeugen, dieselben Sachverhalte, dieselben Aussagen. Und von vornherein hat diese Richterin das so nicht gesehen, sondern sie hat alle Zeugen, die uns entlastet haben im ersten Verfahren, abgelehnt. Sie hat sie nicht geholt, sie hat das Verfahren verkürzt. Und am Ende kommt plötzlich ein ganz anderes Urteil raus. Am Ende kommt eine Richterin her und sagt, alles falsch, ihr habt alles falsch gemacht. Und ihr gehört es verurteilt, ja, ich gehöre ins Gefängnis für eine Förderung, die ich immer nicht eingesteckt habe, sondern die der Fußball bekommen hat. Sind Sie jetzt ein politisches Urteil? Also ich bin da immer vorsichtig bei dem Vorwurf eines politischen Urteils, sondern ich pauschaliere auch nicht. Aber Faktum ist, dass wir eine Staatsanwaltschaft haben, die mit politischen Staatsanwälten durchsetzt ist, die alle aus einer Richtung kommen. Das ist ja nicht nur von mir, sondern auch von anderen bereits analysiert worden. Und dass ich in meiner aktiven politischen Zeit mit der Staatsanwaltschaft einige Fäden ausgefochten habe und ich immer gefordert habe, dass diese Staatsanwaltschaft auch kontrolliert werden soll. Weil es ist das einzige Institut in dieser Republik, das nicht kontrolliert wird, das machen kann, was es will. Zum Zweiten, wenn man gesehen hat, im Gerichtssaal mit welcher Freude eine Richterin einen verurteilt, wenn man gesehen hat, dass sie während der Plädoyers der Verteidiger mit dem Handy gespielt hat, völlig belanglos, sie das gar nicht interessiert hat. Wenn man dann miterleben musste und es gibt dafür Augenzeugen, dass der Ehegatte, der von Beobachtern der grünen politischen Szene zugerechnet wird, plötzlich den Saal betritt, während der Urteilsverkündung Fotografien anfertigt und dabei breit grinst, dann muss man die Frage stellen, wo war das Rechtsstaat? Und ich hoffe, dass diese Vorkommnisse analysiert werden, dass diese Vorkommnisse überprüft werden und dass auch dieses Urteil noch einmal überprüft wird, denn niemand in dieser Republik kann nachvollziehen, dass sich bei gleichem Sachverhalt, bei denselben Aussagen, es hat ja nichts Neues gegeben im Wiederholungsverfahren, plötzlich ein glasklarer, glatter Freispruch in einen derart verheerenden Schuldspruch umwandelt mit einer Gefängnisstrafe, die in Wahrheit einen Schwerverbrecher zu gestehen ist, einen Mörder oder einen Kinderschänder. Das ist sowas von absurd, das ist eine Farce und ich fordere eine Untersuchung dieses Verfahrens auf höchster Ebene, denn es geht ja jetzt nicht in erster Linie um mich, natürlich, wir wehren uns ja dagegen, wir werden in die Instanz gehen, aber das kann jedem so passieren und es ist an der Zeit, dass man hier eine Evaluierung durchführt. Das Verfahren hat ja jahrelang gedauert, was hat das alles für Sie und auch jetzt dieses Urteil für Sie für wirtschaftliche und persönliche Folgen? Ja, es hat sechs Jahre, hat allein das Verfahren gedauert. Die Handlung selbst war vor 13 Jahren. Die Folgen sind enorme wirtschaftliche Nachteile. Ich habe im Jahr 2013 ein Unternehmen gegründet zur Immobilienvermittlung. Sie können sich vorstellen, wie das weitergehen wird mit solchen Schlagzeilen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem Unternehmen über dieses Jahr drüber komme. Ich muss schon bisher, bevor das Urteil war, 200.000 Euro bezahlen, auch nach dem Freispruch, weil die Republik Österreich einen das nicht ersetzt. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft mit ihren ständigen Rechtsschritten, die sie einlegt, auch es darauf anlegt, jemanden wirtschaftlich zu ruinieren. Bei mir sind sie sehr weit schon und ich werde mich bemühen. Ich muss jetzt in den nächsten Tagen meine Familie, meine Tochter, die ist in London und weint die ganze Zeit, meine Frau, die mich begleitet hat, aber auch mit meinen Freunden zusammensetzen und dort einmal Flurschaden bereinigen. Und dann muss ich mich wirtschaftlich fangen und schauen, wie das weitergeht. Einfacher wird es nicht. Wie waren denn die Reaktionen Ihrer Umgebung, Ihrer Familie, Ihrer Freunde, Ihrer vielen Bekannten? Ja, das ist etwas, was mich sehr berührt und mich sehr emotional auch bewegt, dass eigentlich alle bis zum Urteil der Meinung waren und ich auch, dass das nur wieder einen Freispruch geben kann, weil sich ja nichts verändert hat im Verfahren und weil diese Förderung völlig korrekt verwendet worden ist. Jetzt danach, ich habe eine Solidaritätswelle, die ich noch nie hatte, es geht jetzt in die Tausende bereits an Mails, SMS und Postings. Da ist was passiert in dem Land. Ich habe auch Reaktionen von Menschen gehört, die mir nicht gut geneigt sind. Die sagen eigentlich, ich habe den Westenthaler nie wollen, aber was da passiert ist, das muss man sich wirklich anschauen. Das ist einfach nicht mehr argumentierbar und auch die Begründung ist nicht mehr argumentierbar. Wenn es wenigstens etwas Neues geben hätte in dem Verfahren, wenn irgendein neuer Zeuge aufgetreten wäre und gesagt hat, der Westenthaler hat das und das gemacht. Oder wenn es irgendeine Veränderung zum Erstverfahren gegeben hätte, dann sage ich, ja, okay, ist halt so. Aber das gab es nicht. Das war ident. Sogar das Schlussplädoyer heute der Staatsanwältin war ident mit dem Plädoyer vom letzten Mal. Und man kommt zu einer völlig konträren Rechtsmeinung, zu einer völlig konträren Urteilsbegründung. Da stimmt was nicht im Rechtsstaat. Wissen Sie, es gibt Länder auf diesem Erdball, und zwar gar nicht so wenig, die dann, wenn ein Senat, ein Schöfensenat oder was auch immer, ein Richtersenat jemanden freispricht, dann hat die Staatsanwaltschaft gar nicht die Möglichkeit, das zu beanspruchen. Und das hat einen guten Grund, weil die Begründung liegt darin, dass der Staat nicht einen Einzelnen sozusagen bis zur Vernichtung verfolgen kann. Das passiert in meinem Fall. Ich werde von der Staatsanwaltschaft bis zur Vernichtung, bis zur Ausschlösung meiner Existenz verfolgt, das wirtschaftlich und auch persönlich. Und heute hat man gesehen, dass das auch dann und wann auf fruchtbarem Boden bei einem Richter fällt. Was würden Sie dem heute jemanden raten, der in die Politik gehen will oder der sich öffentlich engagieren möchte? Also zunächst einmal rate ich niemandem mehr, in die Politik zu gehen, das ist vorbei. Wir leben in einem Land, diesen Satz, der kommt nicht von mir, sondern das hat mir ein sehr Prominenter gesagt, diesen Namen ich jetzt nicht zitiere, aber der viel Wahres hat. Wir leben in einem Land, wo es besser ist, nicht öffentlich aufzutreten. Das sagt eigentlich schon alles und beschreibt auch den Zustand. Denn immer dann, wenn du öffentlich auftrittst und Meinung beziehst, was eigentlich normal für eine Demokratie sein sollte, dann legst du dich mit anderen an. Und wenn, so wie bei mir, die anderen das politische System war über Jahre und Jahrzehnte, auch die Staatsanwaltschaft, auch die Justiz, dann reicht der Arm sehr lang. Ich bin jetzt seit 2013 nicht mehr in der Politik. Ich versuche mir mühsam, ohne Protektion, ohne politische Fallseile und ohne politisches Fangnetz eine Existenz aufzubauen. Es wird mir jedes Mal unmöglicher gemacht. Und man kriegt Gedanken des Auswanderns. Eigentlich sollte man das Land, wenn es nicht so schön wäre, wenn es mir nicht so gefallen würde, und vor allem die Südsteiermark so schön wäre, und auch Wien wäre schon weg. Aber jetzt muss ich mal die, nur das kann er falsch in die Kehle, ich flüchte nicht, ich trage das aus. Ich werde das austragen, wir werden in die Berufung gehen, aber wenn das alles vorbei ist, muss man sich echt überlegen, dieses Land zu verlassen. Aber noch wirken Sie sehr kämpferisch. Ja, weil ich immer ein Gerechtigkeitsfanatiker war und bin, von der Schulzeit als Schulsprecher bis über meine politischen Anfangsjahre, die Triebfeder war eigentlich immer die Gerechtigkeit. Und wenn man sieht, wie heute die Gerechtigkeit und auch gestern mit Füßen getreten worden ist, dann muss man ja dagegen kämpfen. Man kann auch weiter, man kann wieder verlieren, das ist klar, aber man kann auch gewinnen. Und noch einmal, diesen Freispruch vom 6. März 2015, der ist nicht wegzudiskutieren. Da hat ein Richter und ein Schöfenssenat völlig glasklar entschieden, ohne Wenn und Aber. Sie müssen sich einmal die Urteilsbegründung, jeder, ich rufe alle auf, googel Sie einmal Westenthaler Freispruch 2015 und Sie werden die Begründung des Richters sehen, die glasklar war, das ist ja da, das ist ja nicht weg. Und das gibt mir doch Mut und Hoffnung, dass sich diese Rechtsmeinung des Erstrichters am Ende durchsetzen wird und nicht die nebulose Begründung, nicht nachvollziehbare Begründung der heutigen Richterin, die das mit einer Freude, Sie müssen sich vorstellen, eine Richterin liest ein Urteil vor, wo es jemanden ins Gefängnis schickt, mit einer Freude dabei, mit einem flapsigen Fußballspruch, jetzt steht es 2 zu 2, hat sie am Ende gesagt, 2 zu 0 beim ersten Verfahren und jetzt Ausgleich 2 zu 2. Das ist ja nicht lustig, da muss man ja nachdenken, was in dem Land eigentlich falsch läuft. Aber um dabei zu bleiben, bei 2 zu 2 gibt es im Europacup ein Nachspiel und ein Euphoschirsen. Und Sie sind hundertprozentig davon überzeugt, dass Sie nichts falsch gemacht haben? Ja, absolut. Ich bin in den Fußball gegangen, um dem Fußball zu helfen. Frank Stronach hat mich gebetten, in diesen 18 Monaten mehr Geld für den Fußball aufzustellen. Das habe ich gemacht. Und wissen Sie, das kommt ja auch noch dazu. Möglicherweise ist irgendwo etwas falsch verbucht worden. Ja, aber ist das ein Betrug? Wer hat sich bereichert? Niemand wurde, nicht einmal der Geschädigte selbst, der ÖFB fühlt sich geschädigt. Er sagt, das ist alles in Ordnung. Der zuständige Sektionschef im Sportministerium, im Bundeskanzleramt, hat ausgesagt, besser kann man einen Förderablauf nicht machen, wie wir das bei dieser Förderung gemacht haben. Nämlich mit Ausschüttung, Verwendung und Kontrolle. Das wurde ja zigmal kontrolliert. Das wurde nachvollzogen. Alle Beamten, der ÖFB, die Bundesliga, es gibt zwei Gutachten. Ein wirtschaftliches von Professor Keppert, das ist einer der namhaftesten Sachverständigen und von Professor Birkelbauer von der Universität Linz. Ein Rechtsgutachten. Alle sagen, es war in Ordnung. Es gibt niemanden, der sagt, es war nicht in Ordnung. Außer die Richterin heute. Und wissen Sie, was mich auch berührt hat? Und niemand wird von mir diesen Namen erfahren. Aber wenn nach dem Gericht ein Schöffe oder eine Schöffin, ich sage jetzt nicht, welches Geschlecht, zu mir kommt und sich entschuldigt für das Urteil, dann lohnt es sich, dagegen zu kämpfen. Das ist ein Schöpfchen, das ist ein Schöpfchen, das ist ein Schöpfchen.